Hi zusammen, hier ist der Mio und heute geht es nicht um Kameratechnik, es geht nicht um Filmgeräte, es geht auch nicht um das Fotografieren am Set oder draußen in der Natur. Heute widmen wir uns der Bildbearbeitung und wir werden aus einem richtig Grau-in-Grau-Bild, werden wir das hier machen. Letztes Jahr waren Pablo und ich in Tokio über Ostern und haben dann im Anschluss oder vor kurzem dann auch das Tokio Diaries Videotraining fertiggestellt. Und auf diesem Videotraining ist auch das Bild hier, was ihr gerade seht, enthalten. Wir sind damals zur Insel oder zur vorgelagerten Insel Odaiba gefahren, so eine Vergnügungsmeile vor Tokio und wollten dort schöne Skyline-Fotos schießen. Das Dumme ist, an dem Tag war schlechtes Wetter und die Sonne kam ganz kurz, sozusagen bei der goldenen Stunde eigentlich, kam die Sonne ganz kurz durch und ich habe gedacht, okay, perfekt, genau jetzt Drama, Himmel, Wolken und ein wunderschöner Sonnenuntergang. Pustekuchen, fünf Minuten später, Platzregen, alles vorbei, Tag gelaufen. Und normalerweise verschwindet so ein Bild dann in der Tonne, weil es war wirklich alles grau bis auf so einen kleinen Lichtschimmer hinten am Horizont. Und viele Fotografen sagen, ja, ja, es muss halt genau so sein, wie man die Situation vorgefunden hat. Und man muss halt warten, bis der perfekte Moment kommt. Nach Tokio fliegen ist teuer, in Tokio wohnen, dem Hotel ist auch teuer. Und das können wir nicht einfach mal so wieder machen. Wir hatten nämlich nur diese eine Chance, um diese Aufnahme zu machen. Deswegen, diese Grau-in-Grau-Fotos akzeptiere ich nicht. Deswegen bearbeiten wir so etwas auch, um da halt nochmal Stimmung reinzubringen. Und als ich vor Ort diese Szenerie gesehen habe, natürlich war da mehr Farbe. Aber die Kamera kriegt halt nicht mehr Farbe rüber. Die Daten stecken aber drin und ein kleines bisschen nachkolorieren kann man dann schon. So, und unsere Spezialität ist ja das Marmeladisieren. Und wir haben in den vorangegangenen Kursen und auch mit unseren Marmeladisierungsaktionen auch viele Fragen bekommen. Und das Bild, was ihr jetzt hier seht, das ist das, was wir in der Schnupper-Version drin haben für einen Cent zum Ausprobieren. Und da drückt man auf den Knopf und es wird automatisch das Bild nachkoloriert. Das ist eine extreme Aktion, ist jetzt nicht für bunte Aufnahmen gedacht, sondern wirklich für so graue Regenwetteraufnahmen. Und da funktioniert das ganz gut. Aber wir haben trotzdem viele Fragen bekommen, auch in den Kursen, wie funktioniert das jetzt Schritt für Schritt. Gut, die Kurse dauern länger, deswegen, das kann ich jetzt hier nicht alles Schritt für Schritt zeigen, aber ich kann euch trotzdem zeigen, wie es prinzipiell funktioniert an genau diesem Bild. Und in ein paar Minuten werden wir aus diesem grauen Graubild dieses bunte Bild machen. Und zwar so, dass es wirklich pixelgenau von der Maskierung sitzt. In Lightroom ginge das vielleicht, wahrscheinlich, aber es dauert richtig, richtig lange und ist deswegen nicht akzeptabel. Und es würde nicht genauso echt aussehen. Hier pixelgenau mit allen Abstufungen, ohne dass man wirklich manuell maskieren muss. Ihr werdet Augen machen, wie einfach es tatsächlich sein kann. Wie das jetzt funktioniert und bevor wir dann in das Tutorial reingehen. Unser Marmeladisieren besteht im Prinzip aus drei wesentlichen Sachen. Zum einen Einsatz von Farblux. Dann arbeiten wir sehr gerne mit Verläufen und entsprechenden Ebenenfüllmethoden. Und ganz wichtig, wir arbeiten mit Farbkanalmasken. Wenn euch das spanisch vorkommt und ihr das nicht einordnen könnt, zeige ich jetzt alles in den nachfolgenden Minuten. Aber mit diesen drei Bausteinen kriegt man auch so ein graues Bild wunderbar gerettet. Viel Spaß. Hier hätten wir jetzt das Bild Regengrau, das auch in der Schnupperversion unserer Marmeladisierungsaktion als Beispielbild enthalten ist. Wie man sieht, das Bild ist wirklich grau und ich kann in Camera Raw jetzt ein bisschen was machen. Aber ich müsste sehr viele einzelne lokale Korrekturen durchführen, um hier wirklich Farbe reinzubringen. Glaubt mir, es war mehr Farbe da, als das, was man hier auf dem Bild sieht. Aber wie gesagt, die Dynamik ist da. Man kann ein bisschen was tun, aber nicht zu viel, sonst geht mir das Bild kaputt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Lichter ein kleines bisschen runtergenommen, um ein bisschen mehr Spielraum hinten rauszubekommen. Tiefen habe ich aufgehellt, fein. Klarheit ein bisschen nach oben gezogen. Dunst entfernen ebenso für die Struktur im Himmel. Aber auch hier, wenn ich zu weit nach rechts gehe, dann sieht das zwar dramatischer aus, aber die Pixelstruktur geht mir kaputt und ich werde es bereuen. Insbesondere dann, wenn ich es groß ausdrucken möchte. Deswegen geht weiter als 30, ist hier keine gute Wahl. Dynamik ebenso. Wenn ich nach rechts gehe, habe ich natürlich mehr Farben, aber die Farben sind kaputt, zugesättigt. Und auch die Struktur oben, das sieht man hier schon in der Vorschau, ist kaputt. Deswegen auch hier 30 ist okay. Sättigung, kleines bisschen nach oben, fein. Aber der Grundton, grau, wird damit nicht weg. Es bleibt ein matschiges, tristes, langweiliges Bild. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel in HSL gehe, Sättigung habe ich ein bisschen nach oben gezogen. Bei Blau, Orange und Rot, gerade wegen der Abendstimmung hier. Aber auch hier, aus den gleichen Gründen, kann ich nicht zu weit nach rechts gehen. Und bei Luminanz geht auch nicht viel mehr. Hier, Blau ein bisschen runter und dann war es das. Das heißt, normalerweise würde man sagen, okay, graues Bild, ich entwickle es monochrom. Ein schwarz-weiß Bild, fein. Da kann ich dann richtig schön spielen. Aber wenn ich ein farbiges Bild haben möchte, ist hier Schluss. Und wahrscheinlich würde dieses Bild in der Tonne landen. Und genau das möchten wir jetzt nicht tun. Wir werden das Bild jetzt normalisieren. Das heißt, quasi nachkolorieren in Photoshop. Und deswegen sagen wir jetzt hier, Bild öffnen. Da wären wir jetzt in Photoshop. Das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, die Hintergrundebene einfach zu duplizieren, damit wir damit weiterarbeiten können. Deswegen STRG J. Und beim Marmeladisieren ist es so, wie eingangs erwähnt, wir arbeiten mit Verläufen, mit Farbkanalmasken und mit Colorlooks. Und einiges davon werden wir jetzt genau anwenden. Ich werde es jetzt nicht bis ins Detail durchexerzieren. Das wird zu lange dauern. Aber die Grundprinzipien werden jetzt deutlich werden. Um jetzt hier diese Abendstimmung hervorzuheben, da kann ich dann sagen, okay, die Lichter werden in den warmen Bereich reingetrieben. Aber wie maskiere ich jetzt hier? Wenn ich manuell maskiere oder mit dem Zauberstabwerkzeug oder mit dem Schnellausfallwerkzeug, das wird zu unpräzise. Ich werde die Manipulation im Bild sehen. Beziehungsweise es wird mich viel zu lange oder viel zu viel Zeit kosten, um dort ein akzeptables Ergebnis zu bekommen. Deswegen gehen wir jetzt hier auf die Farbkanäle. Und ich wähle jetzt hier den roten Farbkanal aus. Bedeutet, ich wähle alle Pixel gemäß ihrer Rotintensität aus. Rote Pixel werden zu 100% quasi ausgewählt. Und wenn es etwas weniger Rot enthält, dann entsprechend weniger. Und damit bekomme ich eine perfekte Maskierung hin. Um den Rotkanal aufzunehmen, drücke ich Command bzw. Steuerung und klicke auf das Miniatur-Symbol. Und jetzt seht ihr hier, das sind alles Pixel, die rot irgendwie mehr oder weniger enthalten. Mit dieser Auswahl gehe ich zurück und wähle jetzt bei den Korrekturen eine Farbbalance-Einstellungsebene aus. Und die Maske, ich drücke mal die Alt-Taste und klicke auf die Miniatur, das ist meine Maske. Das kriege ich manuell niemals so präzise hin. Das heißt, das was man jetzt hier sieht, weiß enthält viel Rot, schwarz enthält kein Rot. Damit arbeite ich weiter und werde jetzt hier bei den Eigenschaften in den Lichtern einfach sagen, okay, mehr Gelb, mehr Rot oder geben wir das mal direkt ein. Sagen wir jetzt hier mal 23, dann gehen wir minus 19, also in Richtung Magenta, Abendstimmung. Und hier bei Gelb vs. Blau sage ich minus 41 und treibe das damit in den gelben Bereich hinein. Und ihr seht, wunderbar. Also hier hinten leuchtet es und das Licht setzt sich oben im Himmel noch ein kleines bisschen fort. Aber die Maskierung und die Farbanpassung ist schlicht und ergreifend natürlich. Und jetzt werde ich basierend auf dieser Maske noch einen Farblook drüberlegen, um das Ganze noch ein bisschen dramatischer zu gestalten. Welches nehmen wir hier? Abendstimmung. Da passt eigentlich Late Sunset, der Name sagt es bereits, ganz gut. Das finden wir hier. Und das geht jetzt über das ganze Bild. Klar brauche ich jetzt hier nicht, sondern ich möchte das genau auf der Schnittmaske oder ich möchte das nur auf dieser einen Ebene, wo ich die Maske habe, anwenden. Und deswegen wird diese Ebene hier mit dem Color Lookup zu einer Schnittmaske erklärt. Ich drücke die Alt-Taste, gehe an den Rand der Ebene und dann seht ihr, mein Mauszeiger verändert sich. Das ist das Symbol für die Schnittmaske. Wenn ich jetzt klicke, dann gilt dieser Color Lookup nur für den Farbkanal, den ich unten drin habe. Und damit sieht mein Bild jetzt schon so aus. Gar nicht so schlecht. Ist natürlich jetzt ein bisschen zu matschig. Deswegen werde ich jetzt hier die Ebene für Methode von normal auf etwas anderes umstellen. Um mehr Kontrast zu bekommen, sage ich jetzt hier einfach ineinander kopieren. Und schaut mal, jetzt leuchtet der Himmel viel intensiver als vorher. Ich kann, wenn ich möchte, auf dieser Basis jetzt nochmal sagen, gut, ist mir immer noch nicht brillant genug. Ich mache eine Tonwertkorrektur. Und ihr seht hier bei den Lichtern, da habe ich noch ein bisschen Potenzial. Deswegen werde ich den Regler einfach ein kleines bisschen nach links schieben, so dass er an den Anfang bzw. an das Ende hier des Histogramms kommt. Und damit wirkt mein Bild nochmal ein bisschen brillanter. Ich blende gerade mal die Ebene ein und aus. Schaut mal. Wirkt lebendiger. Ist besser. Lassen wir so. Und jetzt würde ich ganz gerne hier unten, der Himmel sieht schon ganz gut aus, ich würde ganz gerne unten bei den Schatten, da wo die Brücke ist und das Wasser und die Stadt, da würde ich gerne noch ein bisschen was korrigieren. Um aufzuhellen, werde ich jetzt aber einen Farblook nehmen. Das ist auch ganz elementar bei unserer Marmelatisierungstechnik. Wenn wir einfach nur aufhellen, wird es hellgrau und matschig. Und wenn wir gleichzeitig einen Farblook nehmen, um aufzuhellen, dann mit ein bisschen Farbe wirkt das Ganze auch natürlicher. Ich nehme jetzt hier meinen Lieblingscolorlook ab. Und zwar Fall Colors. Das sieht nicht so schlecht aus. Das ist aber matschig. Und deswegen werde ich hier auch die Ebene für Methode ändern. Um aggressiv aufzuhellen, nehmen wir hier nicht normal, sondern wir nehmen Farbig abwedeln. Ihr dürft jetzt nicht auf den Himmel gucken. Das gilt jetzt nur für die Schattenbereiche, also für die Stadt und die Brücke. Und da sieht das eigentlich viel besser aus als vorher. Ich blende es mal ein und aus. Kann sich doch sehen lassen, oder? Ich muss jetzt nur gucken, dass der Himmel nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Hier wende ich jetzt ein Verfahren an. Das nennt sich dann Ebenenstiel. Wenn ich an den Rand gehe von dieser Ebene und Doppelklick mache, dann bekomme ich das Fenster mit dem Ebenenstiel. Und hier kann ich sagen, welche Teile dieser Ebene genommen werden sollen, beziehungsweise auf welche Teile der darunterliegenden Ebene, also hier, wo das gelten soll. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, soll für das Bild gelten, aber nur für die Schattenbereiche. Das heißt, ich muss hier schlicht und ergreifend die Lichter rausnehmen. Alles, was zwischen diesen beiden Reglern ist, dafür gilt es. Alles, was hier außerhalb ist, da gilt es nicht. Und wenn ihr jetzt hier auf das Bild schaut, die ganz hellen Bereiche sind jetzt schon rausgenommen worden. Ich schiebe es noch ein bisschen weiter runter. Und jetzt kann ich, wenn ich die Alt-Taste drücke, diesen Regler spreizen, damit der Übergang etwas sanfter wird. Und jetzt sieht das schon gar nicht mal so schlecht aus. So können wir das lassen. Und ich bestätige mit OK. Ich blende es mal ein und aus. Schaut mal. Jetzt ist es unten heller geworden, ohne dass ich wirklich präzise maskieren musste. Einfach, indem ich gesagt habe, diese Änderung gilt nur für die Schattenbereiche. Und durch das Aufhellen wird es, wie gesagt, ein bisschen flacher wieder. Deswegen dupliziere ich die Ebene, STRG-J und sage jetzt hier ineinander kopieren und nicht farbig abwedeln. Damit bekomme ich wieder ein bisschen mehr Kontrast. Ziehen wir mal die Ebene und Deckkraft vielleicht auf 60 Prozent. Dann passt das. Gucken wir mal, ob wir das noch mal duplizieren können und wieder auf farbig abwedeln stellen, um das noch mal ein bisschen aufzuhellen. Warum eigentlich nicht? Passt ganz gut. Und jetzt abschließend, weil damit sind wir im Prinzip schon fast fertig, jetzt würde ich ganz gerne hier die Stadt im Hintergrund noch ein kleines bisschen auffällen und einfärben. Hier nehmen wir ein anderes Verfahren. Ich werde einfach schlicht und ergreifend eine neue Ebene anlegen, hier rechts unten. Werde mir eine Farbe rausnehmen aus dem Bild. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Dieses Orange hätte ich ganz gerne. Dann nehme ich einen Verlauf, Taste G. Der Verlauf geht von der Vordergrundfarbe auf Transparent und ich nehme einen reflektierten Verlauf. Was das ist, seht ihr gleich. Ich gehe in die Mitte der Stadt, halte die Shift- bzw. Umstelltaste gedrückt, damit ich einen vertikalen Verlauf bekomme und nichts Schräges. Und dann gehe ich so weit hoch, dass ich so ein bisschen über der Stadt bin. Und siehe da, so sieht das aus. Das ist ein reflektierter Verlauf. Der ist mir jetzt noch ein bisschen zu schmal, deswegen sage ich STRG T und ziehe das Ganze so weit auseinander, dass ich wirklich die Stadt abdecke. Und das setzen wir jetzt auf Farbig abwählen. Auch wieder aggressives Aufhellen und gleichzeitig Einfärben. Ist jetzt natürlich ein bisschen zu hart. Setzen wir das mal hier auf, naja, so um die 16%. Und jetzt stimmt der Farbton vielleicht noch nicht. Nicht schlimm. Dann sagen wir hier einfach Farbton-Sättigungseinstellungsebene erklären. Das ist eine Schnittmaske. Es soll ja nur für diesen Verlauf gelten. Und jetzt kann ich oben über den Farbtonregler das so weit ändern, dass es passt. Zum Beispiel so. Sättigung noch ein kleines bisschen reduzieren. Und auch hier kann ich, wenn ich möchte, ein kleines bisschen noch aufhellen. Schaut mal, ich blende jetzt diese Ebene mit dem Verlauf mal ein und aus. Ohne, mit. Ich muss jetzt nur schauen, dass unten der Übergang zum Wasser noch natürlich und sauber aussieht. Deswegen gehe ich auf die Ebene mit dem Verlauf, lege eine Maske an, nehme wieder einen Verlauf, diesmal Vordergrundfarbe Schwarz auf Transparent und nehme einen linearen Verlauf, 100% Deckkraft. Und jetzt halte ich die Shift-Taste gedrückt und ziehe den Verlauf bis zum Anfang der Stadt, damit das Wasser eben nicht aufgehellt und nicht eingefärbt wird. Ich kann jetzt ganz am Schluss, wenn ich möchte, natürlich hier noch ein paar Lichter setzen in der Stadt, noch ein bisschen aufhellen. Das ist fein. Und wenn ich jetzt hier gezielt noch mal aufhellen möchte, dort, wo die Sonne durchscheint, geht auch das. Also final sagen wir hier noch mal Farbbalance, Einstellungsebene, auch hier wieder die Lichter und dann sage ich Rot, ein bisschen Magenta, ein bisschen mehr Gelb. Invertiere die Maske, nehme jetzt hier ausnahmsweise einen weißen Pinsel mit einer weichen Kante und male jetzt hier noch mal einen kleinen Klecks über die Stadt drüber. Hier muss ich nicht mit dem Kanal arbeiten. Ich gehe mal von der Deckkraft ein kleines bisschen runter, weil es soll ja wie gesagt einen Lichtakzent setzen und nicht flächendeckend über das Bild inklusive der Wolken gehen. Wenn ich jetzt abschließend die Wolkenstruktur noch mal ein bisschen dramatischer oben am Bildrand gestalten möchte, weil unten ist es dunkel, oben nicht ganz so, dann machen wir das über eine Verlaufsumsetzung. Ich nehme jetzt hier Schwarz auf Weiß, soll heißen Vordergrundfarbe auf Hintergrundfarbe bei einer Maske und bestätige mit OK. Das soll jetzt nicht aufs ganze Bild gelten und ich werde auch nicht normal als Ebenenfüllmethode nehmen, sondern multiplizieren, Deckkraft ein kleines bisschen reduzieren, sagen wir 39 Prozent. Ich invertiere die Maske mit STRG-I. Taste G für einen Verlauf, weiß auf Transparent, 100 Prozent Deckkraft, halte die Shift-Taste gedrückt und ziehe einen Verlauf von oben bis runter zur Sonne und damit wird das Bild am oberen Rand in den Schattenbereichen noch mal ein kleines bisschen dunkler. Und das war es im Prinzip schon. Also ab jetzt könnt ihr euch austoben, wie ihr möchtet, aber wir haben hier ohne wirklich, dass wir präzise maskieren mussten, einzig und allein durch den Einsatz des Farbkanals eine sehr realistische Bearbeitung geschaffen. Am Schluss, wer möchte, um das Ganze noch mal farblich zu harmonisieren, kann man natürlich hier noch mal einen anderen Farblook drüberlegen, Soft Warming Look zum Beispiel mit der Ebene für Methode Weiches Licht. Hier Deckkraft ein kleines bisschen runtersetzen. Es geht nur um so einen ganz kleinen Akzent und dann passt das. Ja, das können wir lassen, weil damit kriegt das Wasser auch noch mal diesen kleinen, soften, lila Touch ins Bild. Und wer kein Lila möchte, kann natürlich hier über den Farblook eine ganz andere Farbstimmung im Bild erzeugen. Ich drücke jetzt mal die Alt-Taste und gehe auf die Hintergrundebene, damit ihr seht, was im Prinzip das Originalbild war und was wir in diesen paar Minuten daraus geschaffen haben. Achtung, vorher grau in grau und jetzt dramatischer Abendhimmel mit einer sehr schönen Lichtstimmung und das Ganze sieht von der Maskierung her wirklich pixelgenau und natürlich aus. Hat es euch gefallen? Ja, frage ich immer, aber interessiert mich schon. Deswegen, also wenn ihr darunter schreibt, ob es euch gefallen hat oder nicht oder was ihr anders machen würdet, freut uns immer. Nicht nur der Daumen hoch. Und natürlich, so ein Bild oder so eine Art der Bearbeitung, die ist nicht jedermanns Sache. Also die Leute, die halt ganz natürlich fotografieren, für die wird das wahrscheinlich nicht sein. Dieses Tutorial soll aber zeigen, was mit wenig Aufwand tatsächlich möglich ist, um aus so einem Grau-in-Grau-Bild wie einem Maler reinzugehen und die Farbe reinzubringen, die ihr haben wollt und so, dass es halt präzise aufs Pixel genau von der Maskierung sitzt. Und so funktioniert zum einen Marmeladisieren, aber auch die ganzen Marmeladisierungsaktionen, die wir vor kurzem rausgebracht haben. Und danke an dieser Stelle. Viele haben zugeschlagen und wir haben auch sehr positives Feedback bekommen. Und ich hoffe, dass dieses Training jetzt, dieses Tutorial, dieses Video euch zeigt, wie es prinzipiell funktioniert und ihr damit vielleicht Appetit auf mehr bekommt und oder, dass ihr solche Sachen auch selbst ausprobiert und auch selbst nachbaut. Ansonsten, wir haben jede Menge Marmeladisierungsaktionen für viele verschiedene Bilder, wo ihr auf Knopfdruck genauso etwas produzieren könnt, wie das, was wir eben gemacht haben, aber halt zu anderen Tageszeiten und zu anderen Lichtstimmungszeiten. Also von daher für jeden eigentlich etwas dabei. Bevor ich euch sozusagen ans Probieren entlasse, ein kleiner Hinweis, wir haben einige neue Events, die Planung für 2019 hat angefangen und wir haben neue Zoo-Workshops drin, wir haben Stadt und Architektur drin, kommen noch mehr, aber ich glaube, München ist zum Beispiel jetzt drin, wir haben auch ein besonderes Event, Produktfotografie beim Pfeifenhuber in München, haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, war super, machen wir diesmal nochmal. Von daher, schaut vorbei, vielleicht ist da schon etwas für euch dabei, in eurer Region oder zu dem Zeitpunkt, wo ihr könnt und wie gesagt, es wird noch mehr kommen, aber das als wichtiger Tipp, weil vieles ist dann irgendwann wieder weg, schaut vorbei, sucht das aus, was euch weiterbringt, sei es als Videotraining oder als Event. Ansonsten probiert das, was ich euch gezeigt habe, einfach an einem regengrauen Bild aus, weil Jahreszeit passt eigentlich. Wir werden in der nächsten Zeit, glaube ich, viele Grau- und Graubilder schießen und probiert über diese Technik so ein kleines bisschen nachzukolorieren. Und dann sehen wir uns bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, Tschüss. Tschüss.